So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Display-Projekt. Allerdings spiele ich nicht, das ist Trials Evolution Gold Edition. iPhone ist mit dabei und der gute Zock Commander. Hallo. Hi Leute. Zock, wir machen schnell Suchen und dann Trials. Okay. Fangen wir direkt an. Hast du jetzt die Musik an oder aus? Die ist ganz leise, also von daher. So, Rennen suchen, Trials, ne? Jupp. Spieler, wer den gesucht. Jetzt bin ich mit Seng... Ja, gut. Mit Sengo. Seng. Seng. Ja. Gut, Niko-Lol. Ich bin schon Rang 19, ich habe ein bisschen gezoppt, ja. Alter Schwede. Ja, ich muss da sowieso nochmal reinkommen in das Ganze. Weil er hat auch keine Kontrolle. Genau. Eine kleine Anmerkung am Rande. Ich spiele leider nicht. Ich bin sozusagen der Beobachter. Der Mitkommentierer. Genau. Das ist alles eigentlich. Der Co-Pilot. Ja. Boah, ich habe Bock. Aber trotzdem, aber trotzdem heiße ich euch herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Kraftwerk. Ja, okay. Kraftwerk. So, mit der Scorpion 450er. Ja. Beste. Genau. Beste. Beste aller Zeiten. So. Lecks, alles flüssig? Ja, läuft flüssig. Hoffe ich mal. Ja, bei mir auch. Ja, läuft flüssig. Perfekt, Alter. So muss das sein. Ja, der X-Tree for the win. Ach, scheiße. Schon mal ein fetter Crash hier hingelegt. Oh, Mann. Das kann ja was werden hier. Und wir haben richtig viel, also vor, wollen richtig viel rausbringen an Folgen. Oh, yeah. Auf jeden Fall über 25 ist das Standard hier. Dann, dann habe ich schon mal eine Menge Arbeit, ey. Mit Thumbnails. Yeah. Ja, weil der Corsi macht die Thumbnails und, ja. Ja, aber wenn sie scheiße sind, verwenden wir sie nicht. Genau. Das war Scherz, ne, gemeint, oder? Ist ja egal, ne. Klar. Die werden schon gut sein. Die Weiß-Tree-Thumbnails waren ja auch sehr gut von Corsi. Corsi hat's drauf. Vielen Dank, liebe Leute. Ja. Alter, jetzt bin ich mit dem Kopf dort angestoßen. Was für ein Scheiß. Alter, das schafft. Oh, Mann. Ich fliege immer hin. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Du kannst hier nicht ins Ziel springen. Das geht doch in privaten Matches. Ah, jetzt habe ich's geschafft. Matches. Matches. Oh, Mann. Das wird was. Aber es gibt genug Maps, also ist schon mal nice. Und es gibt auch gratis runterladbare Maps von Usern. Die sind aber teilweise sauschwer. Drehwurm. Drehwurm ist die beste Map, die es gibt. Ja. Drehwurm. Wir sind ja zwei Leute, von daher überstimmen wir immer die anderen. Dann, also außer wenn es vier Leute sind, dann könnte es zwei gegen zwei sein. Oh Gott, ich habe eine E-Mail. Scheiß drauf. Boah, das, die ist echt ein bisschen schwer. Also, weißt du, doch, da bewegt sich's auf einmal und so. Hä, ich habe 60 FPS, ist aber trotzdem laggy aus. Liegt vielleicht in Fousing. Lol. Also ich habe das, genau, ich habe es auch ausgeschalten. Und ja. Boah. Alter Schwede. So, junger, Schwede, junger Türke. Kozi. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Alter, immer diese Fails, es gibt's nicht. Freunde. Fängt schon gut an hier. Hallo. Da hat sogar einer so kommentiert so, ja, wer ist von euch Türke so und dann du so. Kozi. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich bin Türke. Hört mich nicht besonders türkisch an. Ja, ich auch nicht. Was nicht bedeuten soll, dass sich jeder Türke türkisch anhört. Äh, ich schon, oder? Bisschen. Ne, oder? Ja, ich dachte anfangs, ich dachte, du wärst Deutscher. Echt? Der Legastinie hört. Echt? Ja. Alter. Gross, Alter. What the fuck? Alter, das ist so nicht... Die Map ist richtig nice. Ja, die ist nice, aber... Die besten Maps kommen gleich im Anfang. Was? Ich bin erster. Loll. Loll. Ist doch nice, schau mal. Ja. Eigentlich habe ich mich gar nicht angestrengt. Das war ganz easy. Und vorher habe ich noch gesagt, haja, die Map, die ist schwer. Geht eigentlich. Und Sengu hat den DNF. DNF heißt, did not finish. Also, nicht beendet. Der es nicht geschafft hat. Nicht gebockt. Genau. Die Boxenader. So. Boah, ich habe so Bock auf dieses Let's Play. Das wird hammer. Integrations... Yay. Ja. Bestimmt. Das Spiel ist sowieso einfach nice. Ihr habt mir das vor kurzem geholt. 15 Euro. Ja. Also, das Geld ist es wirklich wert. Bei Spielen hast du so viel Spielzeit, vor allem bei Multifair. Also, für Leute, die es sich kaufen wollen, ist es wirklich sehr empfehlenswert. Holt es euch. Für 15 Euro kann man nichts falsch machen. Jupp. Für Spiele ist es auch 30 wert, also ganz ehrlich. Ja. Es wäre auf jeden Fall auch... Ich muss Fausing echt danach mal ausmachen, weil es nervt. Ja. Wäre auf jeden Fall auch gut, wenn Ubisoft mal neue Maps zur Verfügung stellt. Also nicht von Usern, sondern eigene. Also halt von den... Von Usern. Von den Entwicklern. Ja, nicht Usern, Alter. Ich meinte natürlich ja von Ubisoft. Genau. So nach... Wir müssen danach mal wirklich kurz stoppen. Also nur eine halbe Minute oder so, weil ich muss Fausing ausmachen. Ja, macht ja nichts. Ist ja in Ordnung. Ja. Könntest du das nicht wählende Aufnahmen machen? Nee, dann kackt's Spiel glaub ich ab, oder es kommen irgendwelche Aufnahmefehler rein. Ah, genau. Das war auch bei mir so oder Fall gewesen bei GTA 4 Multiplayer. Naja, stimmt. Daher kam es auch bei der letzten Folge, dass man mich nicht hören konnte. Hm. Lol. Das war mies. Der Erste. Das war mies, ey. Das ist blöd. Das ist blöd. Das ist blöd. So, Fortschritt Multiplayer. Dauert noch ein bisschen bis Level 10. Mal neu spielen. So, Tabnale läuft, liebe Freunde. Auf jeden Fall super. Okay, mach mal. Auf jeden Fall richtig nice. Ich freu mich schon auf das Ergebnis. Ja. iPhone, wo bist du? Du müsstest noch reinjoinen. Ja, ich bin, hab auf neues spielen gedrückt und ja. So ist es. Nee, Tab, du bist noch nicht drin. Ah, dann geh ich nochmal raus, oder? Nein, 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 nein. Wir finden uns schon noch. Okay, wenn du nochmal nachjoinst, ist in Ordnung. Achso, du bist mit dem anderem drin. Ja, das meinte ich ja gerade. Achso, ja dann. Also klar mit Sengo und so noch, aber du bist draußen irgendwie. Ja, warte, Spieler werden gesucht. Warte. So, Trials, genau. Okay, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja. Das passt. Aktienmarkt, oder? Weide scheiße. Aber okay, Aktienmarkt. Man, diese ganzen Trials, HD-Maps sind nicht so toll, die. Weil das sind, das sind die Maps vom letzten Trials dabei, vom Vorgänger. Aber die sind nicht so toll, finde ich. Die sind ein bisschen nervig. Ich hab ja mal die Demo gespielt von Trials 2, oder was das ist. Ist die zweite, oder? Ja, Trials 2 Second Edition, oder so heißt das. Ja. Naja, also ich hab bei der Demo, da gab es immer nur das gleiche. Es war irgendwie langweilig. Ja. Also, ja. Da rückt man sich doch lieber das hier. Mhm. Dann in der Vollversion. Gibt es eigentlich davon auch eine Demo hier? Oder nicht? Ich glaube noch nicht. Nicht. Okay. Aber ich weiß es nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wenn es eine Demo gibt, schaut einfach mal über Steam. Such nach Trials Evolution. Wenn, ja, vielleicht findet ihr eine Demo, dann könnt ihr es anzocken. Ja. So. Und es gibt ja nicht für PS3, nur für Xbox und PC. Aber, ja. So ist es halt. Komm, ich schaff's noch. Ich hab jetzt Lust auf einen Grillteller. Und ich hätt gern Big Mac. Mit, mit, mit Chewap-Chi drauf. Chewap-Chi ist, ist lecker also, muss man schon sagen. Chewap-Chi, hier unten im Restaurant, unter mir. Unter mir. Weil in ihrem Haus ist es auch so ein Restaurant. Ist echt nice. Felsenbeißer. Felsenscheißer. Ja. Ja. Und es ist jedenfalls, der Grillteller, der ist so geil. So, verschiedenste Arten von Fleisch und Chewap-Chi, Reis bisschen. Und so eine geile Chewap-Chi-Dings, Soße. Ha, hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Und auch nicht teuer. Ich bin auch so ein Fleischesser, also ich esse alles. Ja, natürlich. Das gehört dazu. Ich kann es sowieso nicht verstehen. Diese Leute, die Vegetarier oder so. Nichts gegen euch, aber, also die, die es sind. Aber, naja, ich weiß nicht. Also immer ohne Fleisch ernähren ist ja auch irgendwie scheiße. Also nur Gemüse und Obst essen. Ja, damit könnte ich nicht leben. Naja, ich auch nicht. Oder Veganer, da könnte ich am wenigsten mit leben. Ja, die dürfen ja auch, also essen halt keine... Keine Eier, keine... Und trinken keine Milch. Ich wollte eigentlich gerade sagen, die essen keine Milch. Das heißt doch. Das heißt, die können auch keinen Joghurt essen, keinen... Genau, die haben gelitten. Die können keinen guten Kaffee trinken, doch Milchweißer, aber... Ja, aber der schmeckt nicht so... So gut. Kaffeeweißer ist jetzt nicht so gut. Milchweißer sag ich. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, ja. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Wir zumindest nicht. Ja. So. So. Gut. Alter, Zocke ist erster. Oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Wie auf der Kirmes, oder? Ja. Gut. Wie auf der Wiesen. 450er. Ich hasse das Wort Kirmes. Kirmes. Einfach... Ich sag immer Messe. Lol. Messe? Bei uns heißt es Messe. M-E-S-S-E. Ich sag die Wiesen. Was? Weil ich nur auf die Wiesen gehe von solchen Festen. Also Wiesen... Wiesen, äh... Ist doch halt in Bayern so, ne? So heißt es. Oktoberfest. Ja. Ist Wiesen. Warum leckt das jetzt? Scheiß Fausen, Gay. Oktoberfest sagt mir natürlich auch was. Da kommt immer im Fernsehen irgendwelche Reportagen. Oktoberfest ist das Beste. Boah, die Thumbnails sehen super aus, ey. Ja. Der E-Flub stinkt. Wollen wir doch mal schauen, ob es wirklich so ist. Lass mich mal überraschen. Ja. Ich will sofort, dass ihr das seht, ey. Ohne Scheiß. Ich bin irre noch. Ah, fuck. Du hast jetzt ein Bild genommen, oder? Ja, klar. Ja, ein Bild von Google-Bildern, ne? Yeah. Und jetzt durchs Wasser. Nice. Durchs Glas natürlich auch. Serialistisch, so ein Wasserblock. Gell? Und dann durchs Glas. Oh man. Like a Minecraft. Like a Minecraft. Sag immer Minecraft, obwohl es Minecraft heißt, oder? Ja. Ich glaube, Craft kann man auch im Amerikanischen sagen. Also Gronkh hat bei seinen ersten Videos auch immer Minecraft gesagt. Weil ich hab da so, also geguckt, die sprechen aus Craft aus, nicht Craft. Aber Craft hört sich irgendwie cooler an. Ja. Aber das wird leider nicht so ausgesprochen. Ja. Aber ich kenn genug Leute, die sagen Minecraft. Ja. Genau. Das gibt's ja auch sogar. Ja. So, okay. Oh Mann, Zocki hat gewonnen. Das gibt's nicht. Was? Ich dachte, ich wär Zweiter. Nee. Nice. Sieger. Wow, hat sich gebessert. Ich kann nur sagen. Heute ist irgendwie der Glückstag irgendwie, weil ich heute aufnehme. Deswegen, äh, gewinn ich die ganze Zeit vielleicht. Damit meine Leute, damit meine Leute auch mal das andere sehen, als immer nur Fails, ne? Ja. Wie bei Max Payne 3 oder so. Das spiel ich ja nicht besonders gut. Aber ich hab das einfach nicht drauf in dem Spiel. Nee. Mächchenhaft. Okay. Mächchenhaftbefehl. Haftbefehl. So, aber jetzt werd ich's natürlich verkacken, denk ich mal. Ich hab muss wissen, wer der Apogeile ist. Können wir, können wir auch nochmal Dings machen. Wie heißt diese eine Map? Privats? Ähm, nee nicht. Richtenroute? Nein, dieses, ähm, dieses Apo, alles schwarz ist. Es gibt auch ein Spiel da. Limbo, genau, Limbo. Ah ja, genau, die Limbo. Limbo ist auch ein gutes Spiel, find ich. Hab ich nie gezockt. Ich hab's durchgezockt. Und noch kein Video gesehen. Also, da kommen immer solche Fallen und so, wo man ausweichen muss. Also, glaub ich, so Indie-Spiel, also ist ziemlich, ähm, nicht teuer. Zu überlegen, wie man weiterkommt. Find ich auf jeden Fall recht gut, aber teilweise ist es echt unfair. Muss man halt überlegen, wie man, wie man da an die Sache rangeht. Ja. Aber Limbo ist schon, schon gut. Ja, Leute, ähm, wisst ihr, was ich ziemlich doof finde, ne? Wenn ich mal von irgendeinem Logo, ne, diese Ränder da, äh, wegschneiden möchte, ne? Also, dass die so, äh, Hintergrund transparent ist, ne? Dass dann immer so die Rest, äh, bliebene Farben da so noch dranhängen. Okay. Komisch. Ja, ich muss halt per Hand nochmal ein bisschen verbessern. Ja, das, das, das mache ich noch weg gerade. So grob. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, zweiter Platz. Was geht denn heute mit mir? Nice. Äh, nicht nice. Für mich schon. Kommt schon, einfach nur Mut, komm. Du schaffst ja schon. Mut zur Wut. Und ich fliege, 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 fliege im Sausenschritt. Nimm die Liebe mit auf meinem Himmelschritt. Denn die liebe, 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 die macht viel Spaß. Viel mehr Spaß als irgendwas. Ja, das Lied ist auch ziemlich alt. Schichtwechsel. 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 Ja. Schönheitschirurgie. Ja. Ja. Das macht ziemlich wurscht. Wurst. Wurst sein. Wurst sein. Wurscht sein. Wurscht. Wurscht. Ja. Es sind immer vier bei mir. Ich mach immer 15. Ja, aber ich werde wahrscheinlich das eh in halben, halbe Stunden Parts einteilen. So wie Kommanderkrieger. Aber der macht da eh in ganze Stunden. Ja, spielt da keine Rolle. Da macht er halt für mich vier Parts. Und für dich zwei. Ich weiß schon. Kann er meine verwenden. Ja, genau. Und ich kann er dann die Part 4 für den nächsten Parts verwenden. Genau, ist er super dann. Beste. 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 Schlechte. Na komm, geh da hoch jetzt, so. Nein. Mit dem Aufzug hoch. Boah, du. Kackstelle ey. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Möp. 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 Ah. Der Korsi Humor. Yeah, erster. So muss das laufen hier. So muss das. So muss das, ne? Like a just cheap. Dam, dam, dam. So wieso. Like a bush. Boah, jetzt hab ich's bald. Level 10. Sehr schön. Äh, ich bin letzter. Das ist doch peinlich. Jetzt machen wir mal Hardcore Trials. Ja, okay. The bush in the hood. Brenn suchen Hardcore Trials. Ich bin da zwar nicht gut, aber egal. Das spielt ja keine Rolle. Ach so, Hardcore Trials jetzt. Jupp. Okay, dann geh ich raus. So. Schnell, ich bin schon mit welchen verbunden. Ja, chill, Alter. Chill. Kommt, kommt noch. So, jetzt. Müsste es klappen noch. Ah, ich bin schon Level 10. Steht da. So. Okay, wir sind in einem Team. Perfekt. Was für ein Team? Welches Team? Wo redest du denn? Ach ja, und übrigens Leute. Äh, ja, die Leute, die sich gewundert haben, wieso in letzter Zeit keine... Die... Was? Sie sich... Die sich in letzter Zeit gewundert haben, dass ich nichts gebracht habe von Bioshock oder so. Das hat einfach daran gelegen, dass der Spielstand nicht geladen hat. Und lädt bis jetzt auch immer noch nicht. Ich werde versuchen, das Problem demnächst zu beseitigen. Haha. Und ja, mal sehen. Betonen, beseitigen? Ja. Alter, die scheiß Legs. Ich muss wirklich fucking Fausing ausmachen. Also das war nett. Auf jeden Fall tut es mir leid, dass in letzter Zeit nichts kam. Tut mir leid. Aber wird sich auch wieder ändern. Vor allem kommt demnächst Crysis 3 als Let's Play. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Wuuu. Und ich schaff's hier wieder nicht. Sehr schön. So muss das nicht. So muss das nicht. Geh jetzt, geh jetzt. So. Zzzz. Zzzz. Gerade eben. Ja, passiert ja. Zzzz. 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 Mir ist kalt. Nein, Spaß. Mir ist warm. Boah, ich hasse die Map, Alter. Die nervt mich so was von. Ich liebe die Map. Vor allem diese Autos immer. Da kommt man fast nicht hoch. Ich liebe die Map. Okay, doch. Ich hab's geschafft. Siehst du, bei den harten, bei den harten Maps, da pack ich's bei den leichten nicht. Weil ich die leichten einfach nie zocke. Ja. Ach, komm jetzt hier. Aber Trials kann man wirklich sagen, je länger man spielt, desto besser wird man. Einfach so. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und ich schaff's hier nicht. Was ist das für ein Fuck hier? Mann. Mal bin ich viel besser, heute bin ich echt scheiße. Ey, egal wie ich's mache hier, das wird nichts. Bunny Hopf. Bisschen nach links und dann wieder nach rechts. Bunny Hopf so. Und wenn Corsi... Wenn Corsi... Nein, jetzt fress dich, ich kann nicht sprechen. Wenn Corsi... Wenn du dann PC wieder hast, dann kaufst du die Pfalz auch? Genau. Keine Ahnung. Dann zockst du mit. Komm, 15 Euro. Ich bitte nicht. Und außerdem Corsi, wir wollen ja auch mal zu dritt dieses Dead Island together machen. Ja, ja, genau. Deshalb... Also würde ich mal... Nein, nein, nein. Irgendwo da draußen... Stimmt hier, Profi Sori. War ich extra. Hab ich extra gemacht. Irgendwo da draußen. Die Map, da brauchen wir eine Viertelstunde für die eine Map. Ist doch egal. Umso länger werden... Umso länger können wir zocken. Ich denke, wir machen... Ja, umso mehr langweilig die Zuschauer. Nein, machen sie nicht. Doch, wenn man fünf Stunden an einer Stelle hängt, ist das nicht sehr spannend. Und ich jetzt schon am Failen bin, das ist auch scheiße. Boah ey, diese Scheiße. Wir können ja... Wir können ja jederzeit einfach rausgehen, das ist ja kein Problem. Ja. Von daher... Eben. Ragen... Äh... Rasen schnell. Boah, und ich schaff's hier einfach nicht da hoch. Ich schon. Made in Ragen. Also Dead Island wird auf jeden Fall noch folgen, Leute, aber... erst in... keine Ahnung wann. Mal sehen. Erst ein paar Jahren, paar Monaten bis wir alle aussterben. Ja. Aussterben. Die Menschen sterben aus. Ja. Wenn ich mit euch skype, muss ich manchmal an den Film Idiocracy denken. Hä, wieso? Ein schöner Film. Okay, und was hat das damit zu tun jetzt? Ja, ihr müsst mal den Trailer anschauen, dann werdet ihr mich verstehen. Ah, okay. Ja, ja. Alter, nee, komm, das wird nix. Ich verkack's jetzt schon. Die Map ist scheiße. Du hast recht. Die Map ist code. Höre meine Worte. Höre meine Morte. Meine Morte. 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 Postmortem. Ich komm da... Das ist ein Spiel. Und ein... Ich hab mal versucht Postmortem also zu zocken, aber ich find das scheiße, das taugt überhaupt nichts. Ich kenn das nicht mehr, nie davon gehört. Er ist so ein Adventure, aber das ist völlig billig gemacht, also da find ich Black Mirror wirklich besser. Black Mirror ist wenn ich mit darf. Nee, heißt Black Mirror. Ich weiß. Mirror? Mirror, ja. Aber wir lassen das jetzt mal mit der Nachmache von einer bestimmten Person, die dieses Let's Play gerade macht, aber egal. Ja, Löwchen willkommen. Oder halt gemacht hat. Alter, ich muss ins Ziel kommen, mein Herr Spiel leckt wegen dem verfickten Fausen. Ja, ich hab's nämlich ausgestellt und jetzt läuft's einwandfrei. Boah, ich raste gleich aus. Ausgerechnet an der wichtigsten Stelle kackt's alles wieder, ableck mich an. Säckchen. Ach man. Naja, mal ne Failrunde hingelegt, macht ja nichts. Boah, leck mich du Spiel, ich stelle schnell Fausen aus. Verlassen. Kein Bock mehr mit den Mongos zu spielen. Ja, mach den Scheiß einfach aus, bei mir auch. Von daher. So. Läuft dann einfach flüssiger, ja. Boah, scheiße. So, dann mach ich kurze Aufnahme aus. Soll ich auch ausmachen? Ja. Okay, ciao. POL2 3